Wirklich sehr schön, Frau Hintze. Wir sind jetzt von Kindern vorbeugekommen. Hilfen Sie uns, haben die irgendwas gesehen? Ich bin sicher, dass sie hier lang gefahren sind. Es wird vom Monte Carlo. Eben! Ja, mein Lumpilein, mach ein feines Kackerechen. Fein machst du das. Wärme, eiskalt. Frau Hansen, Sie sehen so gut aus. Waren Sie beim Friseur?